Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Die besinnlichen Festtage sind vorbei. Den Magen kann man sich aber auch sonst schnell verderben. Ich frage mal den Mann in Orange. Komm mit! Und das Glas. Das Glas wird hier sortiert. Ist das nicht aufregend? Wenn wir krank sind, funktioniert das in der Schweiz so. Die Ski auf den Boden legen, Skistöcke nehmen und losfahren. So viel zur Theorie. Hier am Zugersee kann man höchstens surfen oder Wasserski fahren. Und sind wir mal ehrlich, ist es nicht fantastisch, dass wir zu Hause aus unserem Wasserhahn frisches Trinkwasser trinken können. Ich habe von einem mystischen Skigebiet gehört. Genau, das ist die Mietenregion. Aber denkt daran. Sie heissen der Grosse und der Kleine Mieten. Aber was ist uns noch geblieben? Ein Dämmungsgummi. Einen dickeren oder dünneren Holzkern. Eine Titanal- und Fiberglaslaminatschicht. Eine Schutzoberfläche. Vorne einen Spitzenschutz. Und hinten einen Alu-Endschutz. In der Praxis hier in der Mietenregion kann ich Ski oder Snowboard fahren. Beim Schneeschuhlaufen, Winterwandern oder auf der Langlaufläupe kann man frische Bergluft einatmen, Sonne tanken und das wunderschöne Alpenpanorama geniessen. Alles klar? Kommt mit! So, ich bin gut angezogen, habe meine Ski bereit und ich werde jetzt den Berg hoch- und runtersausen. Linke Kurve! Chance! Chance! Mach gut bitte! Und die Zielgerade! Ja! Ja! Gewonnen! Juhu! Hier in der Amavita Apotheke in Zug wird euch geholfen, so, dass ihr schmerzfrei durchs Leben gehen könnt. See you later!